hier haben wir zwei redster hat ja was den freifahrtschein bekommen und das zahlen wir auch immer kurz wenn ich mich nicht recht im sinne also ich mache erst mal ein bisschen wieder testen bevor wir dann noch mal da hinten das ganze anschließen also wenn ich jetzt hier ein den hier und einen den hier sowie eine diese hier das hier rein schmeiße sollte nichts funktionieren wenn ich den drei mal einwerfen abholen die fliegen rein so jetzt können wir eigentlich den großmarkt noch mal auf herz und ihren testen wenn ich hier das ganze eingebe noch mal die beiden sachen sollte eigentlich immer nur eine geschichte rauskommt also 1 1 gibt zwar eine rabattfunktion aber okay ja der ich gebe mich zufrieden und Das ist das Schnellste. Das ist das System aber okay. Ja, das wird nicht funktionieren. Dann kann ich jetzt nochmal hier hinbringen. Und that's how it should look like. Ja, wir verbinden das hier nochmal, das ganze Arm nach hinten abzweigen. Also könnten wir das eigentlich... Das ist auf... Ich stehe hier auf Höhe 69. Und da drüben sollte ich je nachdem auf 68 stehen. Nö, aber okay. Okay. Ich mach das mal jetzt. Oder wir können eigentlich hier mal so einen kleinen Elevator einbauen. Das sind jetzt ein paar Blöcke, die jetzt nur übersprungen werden, aber nun... Nö, egal. Komm. Dann hier nach vorne. Komm. 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 Komm.